Stelle Dich mit gegrätschten Beinen seitlich auf Deine Matte. Ende Namaste. Spüre die Wärme in Deinen Handflächen. Bauchnabel ist leicht nach innen gezogen. Po- und Beckenbodenmuskulatur kräftig angespannt. Atme tief in der Ucchai-Atmung. Strecke mit der nächsten Einatmung Deine Arme zur Seite. Rechter Fuß dreht sich nach außen. Ausatmen, senke Deinen rechten Arm Richtung Boden. Linke Fingerspitzen ziehen zur Sonne. Dein Becken dreht sich nach oben. Dein Blick richtet sich zur linken Hand. Das Dreieck. Trikon Asana. Trikon Asana wirkt sehr harmonisierend und unterstützt die Verdauung. Auch der Gallenfluss wird angeregt und die Leber massiert. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, drehe Dein Oberkörper nach rechts, winkle die Arme an, Handflächen zeigen nach oben und vorne. Dein Rechtsknie beugt sich im 90-Grad-Winkel. Genieße die Öffnung im Brustkorb. Der Kaktus. Versuche die Schulterblätter so weit wie möglich zusammenzuziehen und atme ruhig und bewusst. Einatmen, löse die Stellung, umfasse Deine Ellbogen hinter Deinem Rücken und beuge Dich mit der Ausatmung aus der Hüfte heraus über Dein rechtes Bein. Dein Oberkörper ist parallel zum Boden. Kiefer und Stirn ganz entspannt. Verwurzle Dich mit Deinem linken Fuß fest in den Mattenboden. Atme tief. Komme mit der nächsten Einatmung zurück zur Mitte. Strecke Deine Arme zur Seite, rechten Fuß nach innen, linken Fuß nach außen. Ausatmen, Trikonasana nach links. Deine Arme und Hände sind von den linken bis zu den rechten Fingerspitzen unter Spannung. Arme und Schultern bilden eine Linie. Wirbelsäule bleibt gestreckt. Verankere Deinen rechten Fuß fest in den Mattenboden. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, drehe Dein Oberkörper nach links, bringe die Arme in den Kaktus, Dein linkes Knie in einen 90-Grad-Winkel und genieße die Weite. Einlöse die Stellung, umfasse wieder Deine Ellbogen hinter Deinem Rücken und tauche mit der Ausatmung mit geradem Rücken über Dein linkes Bein. Verwurzle Dich nun mit Deinem rechten Fuß fest in den Mattenboden und genieße die Dehnung. Einatmen, zurück zur Mitte. Strecke Dich mit der nächsten Einatmung nach oben. Ausatmen, Hände in Namaste. Schließe die Augen und komme mit Deiner Aufmerksamkeit zu Deiner Atmung. Ausatmen, Hände in Namaste.